Hello! Einige wussten nicht, wie wird die neue Box angewendet. Wir haben hier so eine schöne Box. Sollte eigentlich ein Geschenkset sein. Da ist das Blueberry und die Augencreme, der Roller und dieser Stein drinnen. Und zwar fängt man an mit dem Blueberry, da ist ja Hyaluron drinnen. Und ich mag das ja eigentlich ganz gerne im ganzen Gesicht, aber es geht eigentlich speziell jetzt um Augen. Die da. Und Dekolleté. Also einfach mal einmal, ein bis zweimal pumpen und im Augen- und Dekolletébereich besonders intensiv verteilen. Und dann hat der Roller ja zwei Seiten. Also die eine ist ja ein bisschen kleiner und da kann man wirklich schön immer mit der Lymphe, also von innen nach außen gehen. Könnt ihr auch schließen natürlich. Mit Gefühl kann man das ja auch machen. Da hinten auch bis sie ein bisschen länger verweilen. Da kann man auch wirklich das Hyaluron richtig schön einarbeiten, weil da hat man ja immer diese Lachfältchen. Na die da. Also das auf jeden Fall mal drunter. Und die Dekolleté kann man natürlich auch immer schön. Und prinzipiell auch im Gesicht optimalsterweise immer von innen nach außen. Könnt ihr natürlich das ganze Gesicht machen. Ich wollte nur heute mal so einen speziellen Augentag machen. Und dann die Augencreme drüber. Also bei unserer Augencreme, eigentlich bei allen Produkten ist es nicht gut für unseren Umsatz. Seid sparsam, wirklich. Nehmt nicht viel. Also ich brauche da echt total wenig. Ich komme da auch extrem lange aus. Nur so ein bisschen ganz leicht vertupfen. Und das ruhig dann auch mit dem Roller immer von innen nach außen. Einfach mal so einarbeiten. Ihr könnt euch da natürlich mehr Zeit lassen. Ich glaube nur, ihr findet das jetzt nicht so sonderlich spannend, wenn ich da ewig hier umeinander rolle. Ich habe mir den auch schon an die Couch gelegt zum Fernsehen. Ist auch recht fein. Kann man so richtig schön herumrollen. Und was total gut ist, ist der Stein, der ist ja auch dabei. Den könnt ihr in den Kühlschrank legen. Und dann einfach auch mal so ein bisschen zum Kühlen, wenn man so Augenringe hat. Oder einfach mal auch pflegen. Man kann den aber auch. Ich mische ganz gern. Nämlich die die Augencreme. Das ist noch ein bisschen was mit dem Hyaluron. Einfach mal so zusammen mischen. Das aufs Dekolleté auch auftragen. Das ist halt so Anti-Falten-Aktion. Und dann könnt ihr echt auch das so richtig schön mal so ausstreichen. Auch auf den Hals. Da gibt es ja auch diese netten Falken hier alle. Und da kann man auch so richtig schön noch mal die Lymphe ausstreichen mit dem Stein. Obwohl ich ja persönlich echt eher der Fan vom Roller bin. Obwohl das ist kühler. Du kannst ja den Roller auch mal in den Kühlschrank legen. Ist ja kein Ding. Geht ja nicht kaputt. Du könnt alles machen. Kühlschrank. Sonne. Alle. Und dann ruhig auch noch mal über die Augen. Und wenn ihr jetzt zu viel genommen habt. So wie ich jetzt hier. Weil ich ja dann noch mal nachgelegt habe. Dann merkt ihr auch, dass das hier so leicht so ein bisschen rot wird. Das ist aber ganz normal. Also die Augencreme ist echt intensiv. Die ist sehr von den Wirkstoffen her sehr reichhaltig. Ich mag die auch am liebsten nur am Abend. Weil es einfach über Nacht besser wirken kann. Über Nacht nimmt die Haut mehr Wirkstoffe auf. Entgiftet und nimmt mehr auf. Und tagsüber nehme ich eigentlich überhaupt keine Augencreme. Dann nehme ich einfach das Hyaluron übers ganze Gesicht. Auch über die Augen. Es reicht. Und die Augencreme wirklich am Abend. Und wenn ihr da mal da so ein bisschen rot werdet. Das ist nach ein paar Minuten wieder weg. Das geht auch ganz schnell wieder weg. Das ist ganz normal. Das ist einfach nur eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Haut anfängt zu arbeiten. Die durchblutet. Und die Wirkstoffe auf. Und entspannt sich aber auch ganz schnell wieder. So. Genug gerollt. Die Kleine fürs Auge. Wie gesagt, ruhig in den Kühlschrank legen. Große fürs Dekolleté und Hals und Gesicht. Fürs Hirn. Einmal Hirn rollen. Schönen Tag. Und dann können wir dich amitabel an. Vielen Dank.